Herzlich Willkommen zu einer neuen Sendung von Herzblatt. Unser heutiger Gast ist etwas schüchtern und möchte vorerst unerkannt bleiben. Doch kommen wir zu unseren Ladies. Unser Herzblatt Nummer eins ist die Elisa. Sie liebt es vor der Kamera zu stehen und träumt vom ganz großen Fame. Das Herzblatt Nummer zwei ist die hübsche Mina. Sie beschreibt sich als Romantikerin und steht auf geheimnisvolle Männer. Und unser Herzblatt Nummer drei ist die heiße Lucy. Bei ihr darf es gerne ein bisschen wilder sein in jeder Hinsicht. Doch genug zu den Ladies. Es wird Zeit für die erste Frage. Herzblatt Nummer eins. Welche Hauptspeise stellst du dir zu einem perfekten Dinner vor? Ein saftig gebraten Steak. Medium rare. Mit ordentlich Pfeffer und Knoblauch gewürzt. Herzblatt Nummer zwei. Wie sieht dein perfekter Samstagabend aus? Nun, ich gehe Samstagnacht schon gern weg. Aber nicht allzu lang, denn ich muss morgens in die Kirche. Herzblatt Nummer drei. Wie würdest du dein Liebesleben beschreiben? Ja, eigentlich recht normal. Aber ich stehe schon mal so auf. Kratzen und beißen. Alles klar. Danke für eure Ehrlichkeit, Ladies. Jetzt ist es an der Zeit für unseren Kandidaten, sich für eins der hinreißenden Herzblätter zu entscheiden. Ich entscheide mich für Herzblatt Nummer drei. Herzblatt Nummer drei. Der Vorhang fällt für dich in drei, zwei, eins. Ich dich in drei, zwei, nicht mehr. Das war nicht. Herzblatt Nummer drei. Jeb snowen empfrarend. Vielen Dank.